Wer von euch hat nen Dackel? Oh, jetzt geht's aber schon los. Der Dackel, wozu ist der mal gezüchtet worden? Zur Jagd, was sollte der jagen? Jogger auch, richtig, aber das gehört erst in den Nachfolge-Generationen. Dachs und Fuchs. Das heißt, der Dackel hat im genetischen Programm tief verankert. Wenn du durch den Wald gehst und du siehst ein tiefes Loch im Boden, können sich alle sicher sein, hier wird gleich eine Bude frei. Da hat der dich im Kopf, oh da ist ein Loch. Nicht, dass da einer stürzt, da sperre ich mal mit Flatterband ab. Nicht, dass da was los ist. Da siehst du einen Dackel hochkonzentriert vor so einem Loch. Lederjacke aus. Ganz genüsslich krempelt der sich die Ärmel hoch. Und dann rennt der da rein, schreit einmal laut, Überfallkommando, pack den Typ an den Arsch und Kragen, wirft den raus. Der fängt nicht an zu diskutieren und sagt, hören Sie mal, können nicht hier einziehen. Die Dackel sind knallhart. Du findest bei der VHS im Anti-Aggressions-Seminar keinen Dackel. Eine Lichterkette für den Frieden, nur von Dackeln organisiert. Nein, die sind knüppelhart. Und die treffen auch alleine Entscheidungen. Müssen die doch auch. Wenn der da rein saust und auf einmal wehrt sich der Dachs, kann er nicht sagen, oh, das hatte ich jetzt aber nicht auf dem Zettel, warte mal eben. Herrchen, was mache ich denn jetzt, der haut zurück. Ne, der trifft alleine Entscheidungen. Und deshalb musst du damit leben lernen, wenn du einen Dackel zu Hause hast und du sagst ihm am Montagmorgen um neun, Sitz. Dass der dich angucken und du denkst, wenn du Donnerstag bitte sagst, vielleicht. Das heißt ja nicht, dass du jetzt den Dackel nicht erziehen kannst. Aber einen Dackel erziehen zu wollen, ist schon mal eine amtliche Aufgabe. Ja, da musst du von Anfang an zeigen, was Phase ist, sonst kriegst du ein Problem. Wir haben gerade einen im Training. Leo, vier Jahre alt. Klassische Situation. Der hat zu Hause im Wohnzimmer so eine Kausstange bekommen, hat diese Kausstange genommen und ist damit direkt unter seine Couch. Seine Couch, ne, das hat der ja Frauchen vier Jahre beigebracht. Lag da drunter, wollte anfangen zu futtern und da dachte sich der vierjährige Junge der Familie, kleines Kind, ach, da gehst du mal gucken, was der Leo unter der Couch macht. Fand das lustig, robbte sich auf allen Vieren hinterher. So einen halben Meter vor der Couch hörtest du plötzlich Leo tief knurren. Und hätten wir durch die Couch durchgucken können, hätten wir einen Hund gesehen, stocksteif, die Augen quillen raus, die Zähne gehen hoch und richtig knurren. Der Junge dachte sich, ach, da fühl ich mal unter die Couch. Ist genau das passiert, was ihr befürchtet habt, zack, die Hand getackert. Da hat ein Hund ein Kind gebissen. Der Supergau, das Allerschlimmste, was passieren kann. Die Eltern waren völlig fertig mit der Welt. Oh Gott, der hat das Kind gebissen, wenn Hunde einmal Blut geleckt haben, da geht doch gar nichts mehr. Komm Walter, hol die Flinte, hier ist Feierabend, geht nichts mehr. Die waren fertig. Das ist aber die menschliche Betrachtungsweise aus Hundesicht. Ey, wenn der Leo wegen dieser Nummer jetzt vor Gericht stehen würde, der wird sich doch nicht mal einen Pflichtverteidiger nehmen. Rein in den Gerichtssaal, völlig selbstbewusst, so euer Ehrenliebe geschworenen, hohes Gericht. Folgender Sachverhalt hatte sich zugetragen. Ich hatte mich naturgemäß mit meiner Nahrung unter die Couch verkrabbelt, nämlich in meine Höhle. Und was soll ich sagen, ich war noch nicht bei der Vorspeise, da kam diese Nervensäge angekrabbelt. Und dann habe ich mich auch ganz naturgemäß verhalten. Ich habe mich steif gemacht, Augen raus, Zähne gezeigt, geknurrt, packt der an mein Essen. Was hätten Sie gemacht an meiner Stelle? Mit anderen Worten, Paragraph 22, Deutsche Schule Gesetzbuch, Absatz 3, Notwehr. Für den ist das ein Freispruch. Da kann der nichts dafür. Der ist ein Dackel. Der ist einfach ein Dackel. Da machst du nichts. Ja? Oh, ist das alles für mich? Ja, das wollen wir gleich überprüfen. Soll der Papa mal nachgucken? Ja, nachgucken. Dein aller, allergrößter Geburtstagswunsch. Ein Kaninchen. Ja, da staunst du, was? Du, da müssen dich aber hier zwei Menschen im Raum richtig lieb haben, dass sie dir ein Kaninchen schenken, was? Das hat ja überhaupt kein Fell. Äh, du, das Fell, das stört nur zwischen den Zähnen. Das kann man ja gar nicht knuddeln. Kann man das umtauschen? Aber Schatz, du hast doch noch gar nicht probiert. Guck mal, das sind sogar Babymöhrchen. Und hier, so kleine Kartoffeln. Schau mal, wie putzig. Komm, Gerd, lass es. Es hat keinen Sinn. Jedes Jahr dasselbe. Undankbare Göre. Vielen Dank, dass du Mama und Papa deinen Geburtstag versaust. Ja. Aber ich wollte doch nur ein kleines Kaninchen, was man auf den Arm nehmen kann. Ja, klar, dann nimm das Kaninchen doch auf den Arm. Oder noch besser, kipp dir doch die Soße gleich kellenweise übers Kleid. Die dumme Mama kann die Sauerei ja wieder waschen. Ja, ist ja gut, ich freu mich ja schon. Tolles Kaninchen. Geht doch. Schön, dann können wir ja jetzt wieder fröhlich sein. Scheiß Geburtstag. Das hab ich gehört. Glaubt ihr eigentlich, äh, glaubt ihr eigentlich, es gibt Enten? Kontroverses Statement, äh. Nee, glaubt ihr eigentlich, es gibt Enten, die auffallend schlechter in Entensachen sind als andere Enten? Also richtig auffällig. Also dass selbst so Unbeteiligte sagen, so Bro, du bist keine gute Ente, Alter. Du bist eine richtig schlechte Ente. Oder? Du kannst es gar nicht, weil, ih, ist ja peinlich. Ih, ih. Einfach so auffallend schlecht. Also Menschen sind ja auch unterschiedlich geschickt. Das gibt's auch bei Enten garantiert auch. Also die ganzen Enten können so cool auf dem Wasser landen. Ja, so, so. Das ist übrigens das Coolste, was eine Ente kann. Einfach so. Einfach so. Dann gibt's immer einen, so eine Göppelente. So, kökö, 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 kökö. Höhööööööööööööööööööööööööööööööööööööläöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Richtig, genau so klingt das, ähm, richtig, so eine richtig weirde Duck. Du bist eine weirde Duck, Bro. Ich weiß auch nicht, worauf ich damit hinaus wollte, aber ich dachte, ich muss es ansprechen. Das ist hier offensichtlich der Elephant in the Room. Das mit den Enden, das kann er nicht totschweigen. Das muss er ansprechen, das muss er ansprechen, klar. Ich habe letzte Woche, ich habe letzte Woche mein BAföG auf einen Schlag zurückbezahlt. Kommt kein Witz mehr, ich wollte nur, dass ihr wisst, dass ich mir das leisten kann. Ich bin, ähm, ich bin vorhin hierher geflogen, von Berlin nach Köln, einfach, weil mir Umweltschutz nur so, so lange am Herzen liegt, wie ich nichts an meinem Verhalten ändern muss. Ich bin hierher geflogen, und ich hasse Fliegen. Der Flug war auch richtig unangenehm, so wegen diesem Scheiß-Sturm. Es war so voll turbulent, also der Flug hat sich angefühlt wie eine Landung von der Opferente. Also, unangenehm. Aber ich hasse Fliegen sowieso, ich mag das nicht, man muss sich so übertrieben viel vorbereiten. Man muss auch voll viel achten, so was man einpackt. Es gibt ja beim Fliegen immer so krasse Sicherheitsbestimmungen. Irgendwie darfst du nicht mehr als 100 Milliliter Flüssigkeit mitnehmen. Und ich verstehe das immer nicht, weil beim Fliegen wird so krass drauf geachtet, was man mitnimmt. Es gibt so krasse Sicherheitsbestimmungen. Und in allen anderen Verkehrsmitteln ist es egal. Es ist völlig egal, was du in einem Zug mitnimmst. In einem Zug, wo viel mehr... Du kannst mitnehmen, was du willst. Entschuldigung, was haben Sie da? Schön, dass Sie fragen, Sir. Das ist mein Benzinfass. Mein Benzinfass und ich auf Reisen. So denn, gute Fahrt, Sir. Nobody cares. Es ist erlaubt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es erlaubt ist. Ich habe es nicht recherchiert oder so, aber es hat mir gut in den Witz gepasst. Ja, früher war ich auch mal das hässliche Entlein. Aber jetzt bin ich ein Schwan. Hat nur noch keiner erkannt. Ich hatte mal einen Hund gehabt. Eine Bulldogge. Der Sven-Erik. Das war ein tolles Tier. Wirklich. Wenn ich gesagt habe, Sitz, hat er Sitz gemacht. Wenn ich gesagt habe, hol, hat er mir eine Dose Bier geholt. Und wenn ich gesagt habe, Fass, hat er das Bein runtergekauft bis auf die Knochen. Hatte keine Probleme mit mir, richtig zu vollziehen. Wenn es eine Sache gibt, die ich hasse, dann sind das Katzen. Oh mein Gott, ich liebe Katzenbabys. Warum müssen Katzen sich immer so in den Mittelpunkt drängen? Katzen seien so widerliche, egoistische Tiere. Haben Sie mal gesehen, wie ein Katzenbaby so macht die ganze Zeit? Oh, hab mich lieb, hab mich lieb. Mach nicht hier noch ein Schleckerl, da noch irgendwas. Ja, die ist fehl am Kratzen. Ich verstehe es einfach nicht, ja? Die sind so mega flauschig und süß und so. Die scheißen mir die ganze Wohnung voll. Ich weiß nicht, Katzen seien sauber, seien sie gar nicht. Seien so ekelhafte Tiere, seien das. Die gehören ausgerottet. Oh Gott, das ist so mega süß. Wieso gibt es tausende Videos über Katzen? Die ist so dollpatschig, die Katze. Wie sie hinfällt. Diese Drecksviecher. Was glauben die eigentlich, wer sie sind? Diese egoistischen Schweine. Das sind die schlimmsten Tiere, die wir im ganzen Leben gesehen haben. Oh nein. Jetzt streichen sie sich voll am Bauch. Katzen sind, die sind der Endgegner. Boah, so als Pinguin werdet ihr schon, ja, da kommen sie ja in jeden Club rein. Die tragen ja Anzug. Sind immer mega Schnicke. Hier in Deutschland, ihr behandelt Tiere ganz anders. Sagen sie, wo macht Sitz, wo macht Sitz. Sagen sie, wo macht Platz, wo macht Platz. In Pablone, das funktioniert nicht. Sagst du zum Stier, mach Sitz, Stier macht dich tot. Ich habe meinen Ex-Freund mal gefragt, wenn ich ein Tier wäre, welches Tier wäre ich dann? Hat der Matthias gesagt, ein Elefant. Ja, ich meine, Elefanten haben superschöne, lange Wimpern und die sind sehr behutsam. Und die vergessen nie. Nie. Elefanten vergessen nichts. Ja gut, aber ich meine, was nützt es denen? Also sie können bestimmt keine Biografie schreiben. Und Memories spielen sie auch echt eher sehr selten. Also, ein sehr nutzloses Talent. Ich vergesse dich auch nie, Matthias. In meinem früheren Leben war ich schon mal hier. Da war ich einst ein Tier. Und dies Tier steckt auch in dir. Oh, ich sehe gerade, es ist kurz nach vier. Stunde aus, jetzt ein Bier. Und das lasse ich hier. Beruhigt euch. Mein Name ist Costa Mironianakis, ich bin Grieche, es tut mir leid. Früher war es geil, da habe ich auch schöne Sachen gehört von Frauen. Die haben immer gesagt, oh Costa, du bist Grieche. Ihr habt die Demokratie erfunden. Die ganzen Mathematiker, die wir haben. Pythagoras, Archimedes. Jetzt wisst ihr, wie wir Griechen wirklich rechnen können. Ich laufe durch die Stadt und Bettler machen so zu mir. Bruder, nimm. Ja, ist mir egal. Ich lebe in Frankfurt, da gibt es gar keine Krisen. Ich bin da hingezogen aus einer Kleinstadt, weil ich dachte, ich lerne da Deutsch. In Frankfurt spricht gar keiner Deutsch, Alter. Es ist so Multikulti. Und auch die Hessen mit diesem hessischen Akzent. Die Frankfurter sagen als für die ganze Zeit. Als heißt immer. Kennt ihr das? Die sagen da einfach, ich fahr als geradeaus. Ich fahr als geradeaus. Ich hab hier als gesesse. Ich hab als hier gesesse. So reden die. Ich habe mich mit einem Mädchen verabredet. Ich kam eine Minute zu spät und sie so, ich hab hier als auf dich gewartet. Ich so, ja als, was? Hast du vorher anders ausgesehen? Und was mich fertig macht in Frankfurt, ich weiß, ich glaube in Köln ist das ähnlich. Ich komme aus einer Kleinstadt, 20.000 Einwohner. Wenn man da auf den Marktplatz geht und so macht, dann fliegen Tauben weg. In Frankfurt nicht, Alter. In Frankfurt gibt es Gangstertauben. Organisierte scheiß Gangtauben. Und die fliegen nicht weg. Ich glaube, die denken sogar, die beherrschen die Welt und die Menschen stören. Deswegen laufen die auch so mit so einem Abtönen durch die Gegend. Die erschrecken sich dauernd. Es passiert nichts, aber... Und die sind so reudig. Ich hab ein Sandwich gegessen. Ich hab so einen kleinen Krümel hingeschmissen. Und der hat's weggekickt. Jedenfalls, da kannst du tausendmal in Frankfurt stampfen. Die fliegen nicht weg. Die rennen auch nicht weg. Die gehen. Mit so einem kleinen Schock so... Die machen mittlerweile so Psycho-Scheiß mit dir. Die laufen auf dich zu und warten, dass du ausweichst. Da fehlt nur noch der Zahnstocher. Kennt ihr das, wenn die... Beruhigt euch. Kennt ihr das, wenn die auf der Fahrbahn gehen? Auf der Autobahn gehen die sogar. Und du fährst darauf zu und denkst so, jetzt geb ich ein bisschen mehr Gas. Dann hört die das. Dann fliegt sie bestimmt weg. Irgendwann bist du fast drüber. Du denkst, oh, die arme Taube ist tot. Im letzten Moment so. Dann guckt sie dich mit einem größeren Abdrang an. Als würde sie denken, wegen dir bin ich gerade echt geflogen, Alter. Ich bin seit zwei Wochen nicht geflogen, Motherfucker. Und ey, ich hab dann in meinem Lieblingscafé in Frankfurt gesessen, hatte Kaffee und Kuchen, war fertig, es waren nur noch ein paar Krümel da. Da fliegt so eine Scheiß-Gangster-Taube auf meinen Tisch. Ja, ich glaub, es war der Boss von denen. Und sie guckt so auf die Krümel, guckt mich an. Brrrr. Und ich sehe in ihrem Gesicht, wie sie mir sagen will, so, ähm, Bruder, isst du das noch? Ich sehe, ich sehe. Kiehl!